you can keep on secret jollo und willkommen zu einem kleinen Informationsvideo ja es ist mal wieder ein Infovideo und ja alle Leute die sich jetzt mittlerweile beworben haben können mal auf den Teamspeak kommen und wir werden euch dann nacheinander in ein Bewerbungsgespräch einordnen am besten kommt nachmittags weil nachmittags sind eh die meisten anderen also kommt am besten auf den Teamspeak Server und ja dann werden wir euch einfach Fragen stellen bezüglich des Bewerbungsgespräches beziehungsweise bezüglich dazu dass ihr euch beworben habt ja solche Fragen halt und ja ich würde sagen wenn es euch gefallen hat lasst einen positiven Antworten unter wir sehen uns dann bei einem weiteren Video kommt auf den TS hier nochmal kurz hier hier sieht man schick schick und ja hier seid ihr dann im Prinzip und ja dann sehen wir uns dann bei einem weiteren Video hin bis dahin macht gut schick 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 schick